Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Canterbury. Heute habe ich für euch das neue Structure Deck, Pendulum Domination, was morgen bei uns rauskommt. Darin enthalten sind jetzt die DDD-Monster, ein bisschen spät, wie ich finde, weil die im OZG haben die schon ziemlich lange. Aber endlich ist das Deck noch ein bisschen stärker durch die neuen Karten. Auf jeden Fall ein paar neue Extrate-Karten sind hier drin. Und einiges an neuen DDD-Karten, wie man hier sieht, und auch einige schöne Reprints. Das werden wir uns dann gleich mal angucken. Ich würde sagen, dann fange ich jetzt schon mal an, das auszupacken, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir dann einmal hier die Einsteigeranleitung wie in jedem Structure Deck dabei. Und eine Spielmatte mit ein paar Kombos auf der Rückseite. Hier ist die, einmal die Spielmatte, Pendulum Domination Structure Deck. Dann nehme ich das mal als Unterlage jetzt. So, sieht nicht schlecht aus. Sind die neuen Fusionsmonster, beziehungsweise Synchromonster drauf und das Bossmonster aus dem Deck. Und dann auf der Rückseite ein paar Kombos, was man hier mit dem Deck alles machen kann. Mit den neuen Karten, auch mit den alteren Karten. Und dann hier ein paar Packs und Tins, wo man die DDD-Karten auch noch rausziehen kann. Also eigentlich relativ gut. Wie immer, bei jedem Structure Deck immer eine schöne Anleitung hinten nochmal drauf. Für Einsteiger besonders gut eigentlich. So, dann kommen wir dann schon mal zum Hauptdeck. Und zwar haben wir da zwei Ultra Rares und drei Super Rares und die restlichen sind Cummins. Das ist einer der neuen Karten hier und zwar der DDD Chaos König Apokalypse. Dann haben wir hier der zweite Ultra Rares. Das ist der DDD Drachenbahn König Beowulf. Und das ist eine Super Rares. DDD Orthros, auch eine neue Karte. Und die letzte Super Rares, ne die vorletzte Super Rares. Didi Lamia, die ist glaube ich im OCG sogar schon halb limitiert. Und der DDD Fluch König Siegfried, auch eine Super Rares. Das sind schon mal die neuen Karten, die in diesem Structure Deck vorkommen. So, legen wir mal so hin. Und dann haben wir hier noch eine neue Karte. DDD Gelehrter Newton. DDD Gelehrter Copernicus. DDD Untergangskönig Armageddon, auch nochmal ein richtig starkes Monster. DDD Cerberus. Sieht so ähnlich aus wie der Beowulf. Auch eine neue Karte. DDD Lilith. Das ist auch eine neue Karte. Muss man sich die Effekte natürlich nochmal alle genau durchlesen, was die jetzt machen. Weil das Deck ist auch ziemlich kompliziert, wie in diesen ganzen Mechaniken, die die hier drin haben. Dann DDD Nachtheuler. Und dann kommen die Reprints. DDD Gelehrter Galilee. DDD Gelehrter Kepler. DDD Vergessenskönig Abyss Ragnarok. Es war wichtig, dass er hier drin ist, weil der jetzt den Originalprint hatte, nur in Dimension of Chaos und keinen weiteren Reprint. Deswegen war der schon einiges an Geld wert. Jetzt, ich glaube, knapp 5 Euro ging der mal. Zum Glück hier drin, damit die Leute nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen. DDD Oberster König Kaiser. Das ist auch eine neue Karte. DDD Stolz Ogre. Den kenne ich nämlich auch noch nicht. Der sollte auch neu sein. DDD Stolz Ordensritter. Und hier ein schöner, schöner Reprint. Finsterer, bewaffneter Drache. Auch schon länger haben wir keinen mehr gehabt. Der letzte war, glaube ich, in der Premium Gold. Kriegt man den Deck auch nicht leicht raus, denke ich mal. Man kann den, denke ich mal, einigermaßen so manipulieren, dass das immer klappt, dass man genau 3 drin hat. Und dann hier noch ein weiterer schöner Reprint. Finsterer Graffer. Der, äh, auch richtig teuer. Der gab es zuletzt, glaube ich, in der Legendary Collection Yugi's World, soweit ich das weiß. Der ginge da auch immer so knapp 6, 7 Euro, vielleicht sogar mal 8. Jetzt hier nochmal für alle verfügbar. Und noch ein schöner Reprint, Armageddon Ritter. Der ging jetzt zwar nicht mehr so viel, aber immer mal wieder gut, einen neuen Reprint zu bekommen. Und hier nochmal Trans-Erz, unser Wertleiter, der hatte auch noch keinen Reprint. War eine Short-Print aus Order of Chaos. Ähm, der wurde auch gerne im Dark-Wild-Deck gespielt. Ähm, schöne Karte. Gut, dass sie hier drin ist, finde ich gut. Gut, dann als weiteren Reprint noch Kuri-Bandit, die erste Kamen-Reprint von ihm. Auch nett. Dann haben wir die Styrianische Straßenpatrouille. Und die Styrianische Sicherheitseinheit. Das waren die letzten Monster. Und dann hier eine neue Zauberkarte, der Dunkle Vertrag mit dem Yamimakai. Na, ganz lustig, hier ist ja der König von Yamimakai drauf. Auch mal wieder schön, den zu sehen nach langer Zeit. Dann haben wir den Dunkle Vertrag mit dem Tor, die Search-Karte, die allgemeine. Der Dunkle Vertrag mit dem Sumpfkönig. Der verbotene Dunkle Vertrag mit dem Sumpfkönig. Törichtes Begräbnis ist auch hier drin. Auch nochmal ein schöner Reprint. Hat zwar jetzt schon einige Reprints, aber je mehr, desto besser. Einer für einen, auch sehr schön. Die eigentlich ganz gut entdeckt, weil wir viel Level-1er haben. Aber auch sonst allgemein eine sehr flexible Karte. Und, was mich besonders freut, nochmal Verlocken der Finsternis. Somit wieder weiterhin noch mehr verfügbar für die anderen Spieler, die bisher nicht so viel Geld haben, um sich die Karte kaufen zu können. Hier bekommt ihr sie nochmal. Als Kamm-Reprint. Auch ganz nett. Dann der finstere Ausbruch. Notvorräte. Oh, auch sehr lang mal wieder ein Reprint dieser Karte. Ist natürlich besonders gut in diesem Deck hier, weil halt die Zauber und Fallen halt in der Stamper-Phase mal 1000 Nebenspunkte kosten. Und dann kann man halt, um das zu gehen, die Notvorräte anschälen, bevor sich die Effekte auflösen, die halt anstatt 1000 zu verlieren, 1000 Nebenspunkte bekommen. Also es wird wohl der Sinn sein, warum diese Karte drin ist hier. DD neu erstellen. Das ist auch eine neue Karte, eine neue permanente. DD rekruten. Auch eine neue Karte. DD Personalabteilung, die gab es schon. Dunkler Vertrag mit der Hexe. Dunkler Vertrag mit Fehlern. Vertrag verbrennen. Düstere Yorishiro, auch eine Reprint. Der gab es glaube ich nur in Shadow Specters als Ultra Rare. Flucht aus der finsteren Mission, auch schön. Und Hoffnung auf Entkommen. Dann haben wir noch ein Exit-Monster. DD Wellenkönig Cäsar. Na gut, warum der jetzt hier drin ist, weiß ich nicht. Aber die Hoffnung auf Entkommen hat auch noch kein Reprint gehabt. Wurde in diesen Ex-Zoader-Decks immer mal gespielt. Und Sightstorm of Ragnarok, meine ich, hat die keinen Reprint oder hat noch gar keinen gehabt. Das ist halt wahrscheinlich der Sinn hier drin, weil wir halt durch die Zauber und Fallen aus diesem Deck auch immer mal Lebenspunkte verlieren, dass der Gegner dann mehr Lebenspunkte hat und wir dann halt für Differenz dann noch weitere Karten ziehen können. Auch eine nette Idee, aber ich glaube, im richtigen Deck wird das wohl nicht gespielt werden. Ja, ist ein schönes Deck. Vielleicht für Anfänger nicht ganz so zu empfehlen, weil das doch schon sehr viel Combo-Lastig in diesem Deck ist. Leinweil, weil wir Synchros, Exit, Fusion machen können und Pendel, alles zusammen in einem Bedeck. Ja, mal sehen, was das Deck jetzt reißen wird in den nächsten Tagen, wenn noch ein paar größere Turniere sind. Weil jetzt haben wir eigentlich alle Karten, die uns noch gefehlt haben. Der Gengis und so weiter, die halt noch gespielt werden im Deck, die sind halt in der Tür ganz einfach zu bekommen. Und die Enlion ist, glaube ich, auch da drin. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Sonst, der Rest ist eigentlich soweit alles hier im Structure-Deck zusammengefasst. Und werden wir mal sehen, was das Deck dann so bringt. Ob es vielleicht mal toppt. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Spieler gibt, die das Deck sehr gut beherrschen. Auch vorher schon oft trainiert haben und dann mit guter Folge feiern. Und schaut doch mal nochmal in der Beschreibung auf dem Link zu unserem Verein. Da findet ihr auch Informationen. Vielleicht liegt das ja bei euch in der Nähe und ihr schaut mal vorbei. Also wir treffen uns auch jede zweite Woche zum Duellieren auf Locals. Und demnächst werden wir wohl auch einen Regional veranstalten. Alles klar, dann bin ich hier soweit fertig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.